Wir sind schon ein bisschen höch herum. Diesmal gestartet. Nämlich in Meride heißt es da. Das sieht man jetzt nicht so viel ein. Das sind ziemlich die Ausläufer vom Tessin. Also an der Grenze, welche dann schon zu Italien. Und das ist die Tour, weil wir heute nach Hause fahren. Und haben gesagt, wir nehmen den nochmal mit. Da ist eine nette Waldstadt da drinnen. Die 16. geht jetzt da runter. Und wir fahren auf Monte San Giorgio runter. Die sind von hier noch so 300 bis 400 Meter in Summe 900. Also ein Stückchen haben wir schon gefahren. Und ja, den Rest haben wir jetzt noch viel strampelt. Wie sagen die Haxen? Müde. Letzter Tag. Aber war cool an sich. Hat super gepasst von den ganzen. Ist jetzt auch ganz gut gegangen. In der Früh haben wir es auch ganz guter Tour von Verkehr Eiche Richtung Lugano war die Hölle los. Also wir sind auch sehr allein gefahren. Das ist echt krass. Und jetzt sagen wir, wie gesagt, da sind wir zwei, drei dann nach Hause fahren. Da sind wir in Mailand da nicht zu raus. Ja. Da ist die Pressure. So finden aber. Jetzt kommt da links hoch. Ja, genau. Ja, genau. Ja, was da ganz cool ist. Ihr seht das da. Überall Wasser zum Auffahren. Das wird im Sommer sicher Gold werden. Jetzt geht es relativ gut. Obwohl, wir sind heute mit kurzen Level gerade in der Früh. Also von denen her. Jetzt herrscht ja, glaube ich, Afrika. Ja, der Abhil wieder zu erwarten. Sind alles so Saumpfade. Und waren es echt traumhaft. Voll idyllisch. Den alten Mauerwerch und alles so eingewachsen. Da erinnert ein bisschen an Trieste und Rijeka. Wo wir in den letzten Jahren auch immer wieder biken. Gerade Rijeka. Krass für Militäranlagen und Wege. Und Trieste durch die Locals. Brutal. Und so zu fahren. Aber richtig cool halt. Wenn man sieht das. Alles ausgelegt mit Steinen, die sie da oben. So richtig heftig. Allein die Arbeit. Das ist Wahnsinn. Und für uns Biker halt. So gesehen ein Paradies. So, die Zwischenstücke sind fein pedalierbar. Eine Sache war dann Schirmut gesagt, weil es einfach zu steil ist. Wäre, glaube ich, perfekt mit dem Motor. Aber wir wissen es halt nicht, wie es euch ist. Und Explorern mit Motorradl, mit E-Bikes. Das ist ein bisschen so. Obwohl es noch was zu tragen wird oder was da. Ja. Ja, ziemlich vor dem Gipfel ist der Mauerzgebäude noch. Was das war, weiß jetzt auch nicht. Vielleicht können wir irgendwas entziffern. Aber echt ein riesiges Objekt. War auch den Verfall schon preisgegeben. Jetzt weiß ich mal. Oder so etwas da oben. Schwarz zu sagen, ja. Aber wunderschön baut auch die Tieren und so. Wir sind hier oben. Am Gipfel. Ich weiß was das genau ist. Ich weiß jetzt auch nicht. Puh, das müssen wir doch halt suchen. Puh, das müssen wir doch halt suchen. Puh, das müssen wir doch halt suchen. Allerdings bleibt unbedingt dran. Wechseln Martin und Vicky zum ersten Mal, wenn sie alleine unterwegs sind, die Perspektive. Und das sieht mega aus, finde ich. Also dranbleiben lohnt sich. Wenn euch das übrigens gefällt mit dem Perspektivenwechsel, dann gebt unbedingt einen Daumen nach oben und schreibt es vielleicht auch in die Kommentare, weil dann sind die genötigt, das öfters zu machen. Und ich finde, das ist wirklich ein riesen Unterschied und eine große Verbesserung für das Video. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Also, nicht vergessen, wenn es euch gefällt, dann ab in die Kommentare, damit die das öfter so machen. Okay. Hallo. 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 Oh ja! Das war steiler, das waren wir wieder, gell? Oh ja! Was ist denn drauf? Geil, vertraut! Oh, du musst hier oben drehen. Das ist ein Weg für den Weg. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay Wie ist das? So? Ui, gut Ja. Oh, da ist hier langsam heftig. Brauch, oder? Ja, genau. Ja, genau. All right, we're here. Ja. Ja. Ja, cool. Ja. Ja. Ja, cool. 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 Egal, jedenfalls mega cool was. Wir sind da am Parkplatz. War die billig? Ich meine, ich kaufe den Parkplatz. Da vorne ist der See. Wir gehen jetzt waschen und dann heißt es ab nach Österreich. Leider, oder? Ich weiß nicht, ob wir sich freuen. Nein, ich freue mich überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Genau, und was man wieder haben wird. Nach dem Trip ist vor dem Trip. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Kommentar unten zu euch und bis bald. Bis zum nächsten Mal.